Aus meiner Sicht haben wir es geschafft, einen richtig guten Start ins neue Jahr hinzulegen. Jetzt sollten wir schauen, wie wir es schaffen, das erreichte Niveau zu halten. Unser Team besteht aus sieben Filialleiterinnen und Filialleitern mit unterschiedlich langer Erfahrung im Führungsbereich. Und wir freuen uns auf Sie als neue Leiterin oder neuen Leiter und stärken Ihnen dabei gerne den Rücken. Wir wünschen uns von Ihnen, dass Sie sehr gute Ideen mitbringen und Ihr Input für die Kundenberatung uns unterstützt und anspornt. Ihr Büro ist hier in unserem Hauptsitz in Weinheim. Unsere Filialleiter und Filialleiterinnen sind an den Standorten für Ihre Kundinnen und Kunden fest verankert. Wir sind davon überzeugt, dass regionale Nähe ein wichtiger Eckpfeiler für wirkliches Vertrauen und damit langfristige Kundenbindung ist. Diese Nähe, verbunden mit unserer persönlichen und individuellen Beratung, sind die Hauptgründe für unseren Erfolg. Eines unserer Zukunftsprojekte, welche Sie mitgestalten, ist die digitale Filiale in den neuen Räumlichkeiten. Wir bauen hier eine eigene Vertriebseinheit mit Videoberatung auf, damit unsere Kunden ihre Berater persönlich erleben und im Gespräch sehen können. Bequem von zu Hause aus. Ich wünsche mir, dass Sie eine Persönlichkeit sind, die wahrgenommen wird, die gerne Netzwerk geknüpft und die Volksbank Weinheim überzeugend nach außen vertritt. Bei verschiedenen Gelegenheiten agieren Sie als Gesicht unserer Bank in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Spenden zu übergeben oder an anderen repräsentativen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Vernissageeröffnungen, teilzunehmen. Zu unserer Zukunftsstrategie gehört auch der Aufbau einer eigenen Vermögensverwaltung. Wir wollen unsere Kunden gemeinsam sagen können, überlassen Sie uns die 50.000 Euro, wir kümmern uns um alles. Und die Unterstützung für die neue Vermögensverwaltung kann ich Ihnen garantieren und ich freue mich über die Einführung. Sie sehen, es warten ein motiviertes Team und zukunftsträchtige Aufgaben auf Sie. Haben Sie Lust darauf? Dann bewerben Sie sich. Ich jedenfalls freue mich auf Sie.